Ein Wasserbauingenieur ist ein Bauingenieur, der sich auf die Planung und den Bau von Wasserbaukonstruktionen spezialisiert hat. Ein Beispiel dafür ist die Gestaltung von Deichen wie Brücken oder Tunneln unter Wasser. Zum Beispiel entwirft und baut ein Wasserbauingenieur auch andere Arten von Hochwasserschütz. Die Position fällt in die Breite des Tiefbaus und insbesondere in den Wasserbau. Die angewandte Wissenschaft des Wasserbaus konzentriert sich auf die Gestaltung und Instandhaltung von wasserbaulichen Angelegenheiten. Ein konkretes Beispiel für die Arbeit eines Wasserbauingenieurs ist die Konzeption und der Bau neuer Kanäle oder beispielsweise der Schutz von Flüssen. Zum Beispiel gibt es auch Tätigkeiten, die durchgeführt werden müssen, wenn es darum geht, Bauwerke in Form von Schiffshebewerken oder Wasserschlösen zu entwerfen. Die Arbeit eines Wasserbauingenieurs konzentriert sich auch auf die Herstellung von Wasseraufbereitungsanlagen oder um Docks und Kais in und entlang von Häfen zu schaffen. Es ist auch möglich, dass sich die Funktion auf die Wasserwirtschaft konzentriert, so wie ein Wasserbauingenieur mit Schutzarbeiten für die Küste oder Flüsse beschäftigt ist. Eine der Aufgaben ist es auch, nach innovativen Lösungen zu suchen, die mit Wasserproblemen zu tun haben. Denken Sie nur an den Anstieg des Meeresspiegels, mit dem die Niederlande fertig werden müssen. Bei der Ausübung des Berufs verwendet der Wasserbauingenieur unter anderem arithmetische Modelle sowie fortschrittliche Technologie. Bei der Planung und Realisierung von Bauwerken wie Aquädukten oder Brücken bildet der Wasserbauingenieur zunächst die Aufgabenstellung klar ab. Es folgt ein Design im Detail. Zu berücksichtigen sind unter anderem Umwelt, Sicherheit und Kosten. Normalerweise arbeitet ein Wasserbauingenieur in einem Team von anderen Ingenieuren.